Der Orden des Weißen Kreuzes war ein Verdienstorden in der Toskana. Gestiftet wurde er vom Großherzog der Toskana und Erzherzog von Österreich Ferdinand III. Punkt. Das Stiftungsjahr war 1814. Anlass war die Wiedererlangung der Macht über das 1801 verlorengegangene Herzogtum Toskana. Der militärische Orden war bis in das Königreich Italien von Bedeutung, dieser Orden wurde auch als Kreuz der Treue bezeichnet. Ordensdekoration Die Ordensdekoration bestand aus einem weißen Kreuz, das namensgebend war. Es war ein silbernes, achtspitziges Kreuz mit acht Kugeln, besteckte Spitzen und albernen Lilien in den Winkeln Ehrenzeichen. Zwei Jahre später stiftete Ferdinand III. noch ein Ehrenzeichen, das an verdiente Personen als Tugendpreis für verdienstvolle Taten verliehen wurde. Die Auszeichnung war eine goldene Medaille. Einzelnachweis Ordensbuch sämtlicher in Europa blühender und erloschene Orden und Ehrenzeichen. Entscheidungen werden von